Was haben wir da hinten denn? Mal gucken. Verräuchert das. Brauweide. Stadt Polheim. Es ist gerade ein Bonscher. Heute 22.08.2013. Die Kirche von Brauweide ist natürlich weit zu sehen. Sieht imposant aus. Auch die Farbe schon. Rechts drum. Hier. Hier. Da gibt es was zu kaufen. Deutsche Eier. Blumenhändler aus Afrika. Die Blumen kommen ja auch. Viele Tulpen und sowas. Oder Rosen. Aus Afrika. Und haben sie vielleicht gleich das Verkaufspersonal mitgenommen. Die werden da mit EU-Geldern, muss man richtig aussprechen. Da ja in Gewickshäusern in Afrika gezüchtet. Und die ganze Gift und sowas. Ja. Das ist ja wieder rausgesprüht. Dann kommen die immer her. Und verkaufen das hier. Das ist auch gut so. Und das soll so bleiben. Und das wird noch mehr. Wir fahren jetzt nicht nach Bergheim. Sondern geradeaus. Pulheim. Los. 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 Los.